Hallo und herzlich willkommen bei Spacehaven Alpha 17 der 45. Folge, um Gottes Willen, 45. Folge, ja, und wir kommen hier direkt rein, ich dachte ich lass ein bisschen laufen, aber nö, hat einen Anfall, Ingvar Iverson, der sollte eigentlich im Bett liegen, ich hab die Leute nicht vernünftig eingesperrt, so wie es aussieht, doch hier oben sind sie eingesperrt, hier oben mach ich nochmal die Tür zu, dann, genau, da wurde Medizin gemacht, hier müssen wir auch die Tür zumachen, und Ingvar Iverson hat einen Anfall, Frau Höhne, Direktbefehl, sowas von ganz schnell mal dahin, und damn, damn, und oh Gott, hier sind noch mehrere betroffen, Ah, okay, Frau Höhne, Direktbefehl, aus, und du, Direktbefehl, und einmal aufheben, und einmal hier reinbringen, und da wurden direkt nochmal Leute getroffen, Lilly ist nämlich auch betroffen, wir haben nicht genug, wir haben nicht genug Kranken, ähm, Sanitätsstationskapazität, Okay, wir müssen hier hinten ein Isolationszimmer bauen, das hilft alles nix, so, eins, so, eine Tür, bitte einmal, äh, ein Höhlenfenster, dass ein bisschen Licht reinkommt, und Anlage ein Krankenbett, und so ein Krankenbett, und dann können wir noch hier ein Licht vormachen, und da sollte genug Licht drin sein, äh, wenn wir da ein Außenfenster dran haben, so, dann wird erstmal hier jemand reingebracht, und dann machen wir hier die Tür zu, Damn Dan, hat da gerade gelegen, äh, Zustand, Arbeiten, chronische Verletzung, leider ein Schlafentzug, äh, Raumanzugsmüde, Schnittverletzung durch Schlepper, Kriecherbiss, wach, okay, noch kein Anfall, Der kann draußen bleiben, Radium, Ach, wobei, Damn Dan könnte auch mal direkt, Achso, nee, Lilly war die, die krank ist, ne, Direktbefehl aufgehoben, wo ist Lilly? Lilly ist in der Kapsel, du sollst heimkehren, Oh, nicht in der Kapsel, sondern im Jäger, Und da ist Lilly, Lilly, Direktbefehl, Zack, Weil Zustand ist, chronische Verletzung, Arbeiten, fühlt sich krank, Kriecherbiss, ja, fühlt sich krank, ist nicht gut, Du kommst auf die Krankenstation, Ich fürchte, wir haben hier eine größere Epidemie, was, ähm, was Sporenausbrüche und so angeht, Das ist alles nicht gut, Und wenn sie da ist, Moment mal, Wer ist da gerade aufgestanden? Wer fühlt sich noch krank und ist nicht im Bett? Evelyn, Arbeit in angenehmer Sitzhaltung, Unerholsamer Schlaf, Gestörter Schlaf, Arbeitend, okay, Äh, Miranda, Arbeitend, Äh, Raumanzugsmüde, Schnittverletzung durch Schlepper, Wach, okay, Äh, hier lag eben noch einer, Seminitro, Die liegen alle, Das ist gut, Lilly legt sich jetzt hin, So, und wir machen jetzt mal, Hier zu, Und wir haben jetzt alle isoliert, Wir gucken jetzt mal, Damn, Damn, Chronische Verletzung, Leichtes Unbehagen, Fühlt sich aber nicht krank, Kriecherbiss, Äh, Ist doof, Aber gut, Nichts zu ändern, Äh, Zarei Zani, Hat zu viel gegessen, Arbeiten, Schnittverletzung durch Schlepper, Kein, So, Zemi, Sporenausbruch 7, Nitro, Sporenausbruch 7, Ingwer, Sporenausbruch 13, Leid, Gestörter Schlaf, Kein Sporenausbruch, Lilly, Chronische Verletzung, Gestörter Schlaf, Arbeiten, Fühlt sich krank, Kriecherbiss, Valerie, Oh, Squab, Liebespaar mit Squab, Sieh an, Keine Unterhaltung, Arbeiten, Wach, Sauerstoffmangel, Raumanzugsmüde, Schnittverletzung durch Schlepper, Hu, Okay, Asterix, Hat zu viel gegessen, Arbeiten, Leider ein Schlafanzug, Wach, Okay, Elvin, Und da haben wir schon geguckt, Frau Höhne, Wach, Okay, Max und Moritz, Kein Sporenausbruch, Arbeiten, Niemand zum Reden, Leider ein Schlafanzug, Raumanzugsmüde, Schnittverletzung, Okay, Wach, Arbeiten, Verkatert, Leider ein Schlafanzug, Wach, Squab, Leider ein Schlafanzug, Arbeiten, Keine Unterhaltung, Leichtes Unbehagen, Leicht erschöpft, Leicht erschöpft, Wach, Gut, das sollten alle sein, Theoretisch, Wie sieht es eigentlich mit unserem, Ja, Kryostase-Tank, Wird erforscht, Wie sieht es mit Kriechern aus, Da haben wir auch schon, Okay, Schlepperleichen, Da haben wir nicht alle, Aber Kriecher haben wir genug untersucht, Ganz offensichtlich, Und die hier haben alle einen Anfall, Sporenausbruch gehabt, Ich hoffe, Die anderen haben das nicht, Hoffe ich jetzt einfach mal, Gegenstände bergen, Ja, Wir müssen hier mal, Zu Potte kommen, Noch elf Stunden, Bis wir die Gegenstände geborgen haben, Müssen, Hier aus diesem Ding, Äh, Und wir sind sehr, Sehr langsam, Weil hier unten, Ähm, Hier unten würde ich jetzt einfach mal, Sagen, Da müssen wir nichts mehr auseinander nehmen, Und wegholen müssen wir auch nichts, Das heißt, Alle beschäftigen sich erstmal, Damit, Vernachlässig, Verrichtung, Verrichtungsfehler, Ja, Okay, Ähm, Okay, Zivilisten rufen an, Seid gegrüßt, Weltraumreise, Wir haben uns ein paar Ressourcen knapp geworden, Wer ist uns bereit zu helfen, Drei Stahlplatten, Jau, Wir verkaufen euch drei Stahlplatten, Wir können immer neue herstellen, Und das ist ein sehr, Sehr guter Preis, Den ihr da vorschlagt, Das können wir machen, Und wir haben, Genug Stahlplatten, So, Und da haben wir, Die Sachen geborgen, Und wir haben ein paar, Blöcke gekriegt, Gut, Höhlenblöcke brauchen wir jetzt nicht wirklich, Äh, Wir haben 73, Um Gottes Willen, So, Und hier, Äh, Nitro, Direktbefehl, Hinlegen, Sehr gut, Und wir machen mal kurz die Tür auf, Dass hier mal jemand, Verrichtung, Logistik, Infusionsflüssigkeit, Mach mal kurz Logistik, Bitte, Ach ne, Light ist gerade, Oh Gott, Light, Direktbefehl, Wieder hinlegen, Bitte, Du, Ja, Genau, Du hast nämlich, Dam, Dan, Direktbefehl, Einmal hier hin, Radium, Direktbefehl, Einmal hier hin, Weg aus der Küche, So, Ach so, Dam, Dan, Wollte ich da manchmal einmal hier, Ähm, Aufheben und zurückbringen, Und zwar dahin, Und jetzt müsste dann, Ah, Da ist auch Sammy wieder aufgewacht, Sammy, Direktbefehl, Direkt mal wieder hinlegen, Genau, Sehr gut, Man muss dieses Micromanagement machen, Ich hab's schon mal probiert, Es funktioniert einfach nicht anders, So, Du, Kein Direktbefehl mehr, Und hier machen wir, Äh, Die Tür, Die Tür, Verriegelt, Jawoll, Ach ne, Jetzt muss da, Normal, Jetzt muss hier, Infusionsflüssigkeit zuweisen, Hier war doch eben noch ein Roboter, Oder? Annehme, Du, Lieber Roboter, Mach's jetzt mal, Infusionsflüssigkeits, Auslieferung, Die beiden liegen alle drin, Hier ist zu, Miranda bräuchte eigentlich auch mal ein Klinikbett, Aber, Wir bauen hier hinten welche, So, Wann kommt der Roboter? Oh, Ähm, Fällt mir gerade auf, Ingwer, Macht gerade Behandlung, Okay, Und dann kannst du dich wieder hinlegen, Super, Hast ein bisschen Behandlung gemacht, Und da hat der Roboter Dinge ausgeliefert, Dann können wir die Tür wieder verriegeln, Jawoll, Dann ist da zu, Oh Mann ey, So, So, Und hier müssen wir jetzt Sanitätsartikel, Na super, Also, Machen wir hier nochmal auf, Zuweisen, Da ist ein Roboter, Annehmen, So, Das kann ein Roboter machen, Während die Tür offen ist, Jetzt hoffen wir, Dass wir diesen, Verdammten Sporenausbruch, Einge, Äh, Schiff ist eingetroffen, Okay, Wir haben, Äh, Androiden Kollektiv, Am, Am Stissel, Ähm, Können wir mit euch, Oh ja, Ihr zahlt einen guten Preis, Für Biomasse, Die ich euch verticke, Sofort, Quasi, Und, Äh, Ein Gewebe, Und, Äh, Äh, Ja, Im Moment will ich nur Geld, Ich verkaufe euch ein Hopfen, Gedöns, Ich verkaufe euch, Zwei Weichblöcke, Und, Das war's, Will ich was von euch haben? Nö, Ich habe auch genug Energium, Das heißt, Das nehmen wir an, Und die hier, Habt ihr etwas besonderes, Was ich gerne haben wollen würde? Nö, Dann machen wir, Abbrechen wieder, So, Zurück, Zu, Dem Micromanagement, Unserer Sporenausbrüche, Mein Gott, Zemi, Sporenausbruch 5, Na, Das geht ja schon wieder, Light, Sporenausbruch 8, Nitro, Sporenausbruch 5, Ingwer, Sporenausbruch 11, Oh Gott, Lilli, Kriecherbiss, Leichtes Unbehagen, Okay, Ähm, Lilli hatte keinen Sporenausbruch, Ich hoffe, Dass jetzt keiner mehr draußen rumläuft, Der oder die eventuell noch einen Sporenausbruch hat, Und Sarai Zani hat sie jetzt hingelegt, Wir verriegeln die Tür, Ähm, Okay, Wir machen, Äh, Normal, Und, Was haben wir hier? Hier haben wir Medizin, Zuweisen, Damn, Denn, Annehmen, Geh mal durch die Tür, Und hier haben wir wieder, Sanitätsartikel, Bot, Annehmen, Es wird hier behandelt, Okay, So, Da wurde das geliefert, Und jetzt können wir hier wieder verriegeln machen, Ah, Scheiße, Normal, Ähm, Hier einmal, Medizin, Damn, Denn, Annehmen, Dann behandle mal da, Und dann sollte doch gut sein, Und dann können wir wieder hier die Türen zumachen, Es muss da einen effektiveren Weg geben, Das zu managen, Aber immer wenn ich das nicht mache mit Türen zu, Dann, Äh, Haben die Leute Anfälle, Und stecken meine anderen Leute an, Das ist so ein bisschen ätzend, So, Äh, Ein bisschen vorspulen, Während hier Handel und Belohnung und so ausgetauscht wird, Und, Okay, Na super, Also, Lilly hat einen Anfall, Ähm, Zaraizani, Direktbefehl, Einmal, Lilly aufheben, Oh Gott, Hoffentlich, Der Zaraizani hat jetzt auch was mitbekommen, Ne, Ja, Zaraizani, Wieder hinlegen, Und, Jo, Ihr habt euch gegenseitig gerettet, So, Lilly hat jetzt auch ihren Anfall gekriegt, Zaraizani dann wahrscheinlich demnächst auch, Ähm, Tja, Wir gucken mal, Ingwer hat Sporenausbruch 10, Äh, Hier oben haben wir Zemi, Sporenausbruch 4, Hier haben wir Sporenausbruch 7, Hier haben wir Sporenausbruch 4, Äh, Lilly hatte Sporenausbruch 11, Und Zaraizani hatte keinen Sporenausbruch, Auch was nicht ist, Das kann ja noch werden, Ne, Äh, So, Ein bisschen voran, Und dann mach ich mal wieder langsam, Weil da ist Light aufgestanden, Und du gehst jetzt mal wieder Schön ins Bett, Genau, Weil du Hast noch, Achso, Da haben wir nochmal Medizin, Die Die gemacht werden muss, Heißt, Medizin zuweisen, Miranda, 3, Ja, Das reicht, Würde ich sagen, Und wenn sie wieder raus ist, Dann können wir hier zumachen, Jawohl, Und wieder ein bisschen vorspulen, Ah, Und da hinten haben wir jetzt, Äh, Logistik, Normal, Logistik, Was brauchen wir? Sanitätsartikel, Ähm, Roboter, Wo ist denn mal ein Roboter? Da ist ein Roboter, Annehmen, Oh, Der hat nicht viel, Aber der holt, Da ist der Roboter, Hat der Roboter ein Zielfindungsproblem? Nee, Da kommt er, Ich glaube, Er musste sich auch erst aufladen, So, Du, Gehst mal ganz schnell, Simi, Wieder zurück in dein Bett, Sehr gut, Und du, Gehst auch wieder zurück in dein Bett, Nitro, Sporenausbruch 3 noch, Okay, Und dann können wir diese Tür wieder verriegeln, Und Simi hat Sporenausbruch 3 noch, Und hier haben wir Sporenausbruch 5 noch, Engwar hat noch 9, Lilly hat noch 10, Okay, Dann machen wir wieder ein Stück schneller, Und da hinten haben wir jetzt einmal Medizin, Die gemacht werden muss, Und da machen wir doch mal, Hupsi, Das wollt ihr nicht, Da machen wir doch einfach mal hier, Zuweisen, Medizin, Äh, Valerie, Nee, Äh, Damdan, Einmal, Zugewiesen, Vom Schildpult weg bitte, Und die Androiden rufen an, Dann gehen wir doch mal ans Telefon, Was sie denn wohl wollen, Äh, Und, Damdan hat kurz behandelt, Sehr schön, Dann können wir wieder die Tür verriegeln, Ja, Und jemand muss mal ans Betriebspult gehen, Ich glaube das ist Damdan, Der da ran muss, Ah, Hat einen Anfall, Seid gegrüßt, Weltraumreisern, Aber es sind ein paar Ressourcen knapp geworden, Wärst du bereit mit uns zu helfen, Fünf Tech Schrott, Ja, Überhaupt gar kein Problem, Wissen diese freundliche Geste zu schätzen, Und, Squab hat einen Anfall, Squab hat auf dem Klo einen Anfall, Und, Max und Moritz, Direktbefehl, Lauf, Da ist er drin gewesen, Und, Frau Höhne, Um Gottes Willen, Direktbefehl, Hier rein, So, Squab, Direktbefehl, Aufgehoben, Und, Wir machen einmal die Tür auf, Zarei Zani, Direktbefehl, Mal hier rüber gehen, Und, Frau Höhne, Einmal, Squab, Aufnehmen, Und, Auf das freigewordene Bett bringen, Und, Jemand muss da oben, Die, Das neue Klinikbett aufbauen, So, Einmal hier reinlegen, Bitte, So, So, Super, Frau Höhne, Dankeschön, Und, Wir machen hier, Die Tür wieder zu, Ja, Achso, Squab muss, Behandelt werden, Alles klar, Normal, Dann, Hier, Medizin, Machen wir einmal, So, Und, Dann kannst du, Miranda, Einmal schon behandeln, Ja, Jetzt verlassen hier die Schiffe den Sektor, Das kann ich gut verstehen, Wenn wir hier alle so, Krank rüber kommen, Äh, Okay, Verriegelt, So, Kriegen wir das jetzt eingedämmt, Ich hoffe, Max und Moritz haben sie nie angestickt, Äh, So, Ein bisschen schneller, Ich meine, Wir sind, Sechs Leute sind einfach mal, Außer Gefecht, Ne, Wir bauen hier, Immer noch ein Schiff auseinander, Das da unten, Habe ich Gott sei Dank, Mittlerweile schon ausgestellt, Ähm, Asterix, Fühlt sich krank, Ja, Scheiße, Und, Ihr seid aufgestanden, Okay, Du hast Sporenausbruch, Acht, Direktbefehl, Hinlegen, Du, Hast Sporenausbruch, Acht, Direktbefehl, Hinlegen, Super, Asterix fühlt sich krank, Äh, Zareizani, Direktbefehl, Hier, Bauen, Zareizani, Mach mal, Mach mal, So, Asterix macht jetzt erstmal eine Pause, Und hat hoffentlich nicht einen Anfall, Bei den Leuten, Die hier Computer spielen, Äh, Wir bauen da hinten ein Klinikbett, Aber irgendwer muss auch noch drum herum die Wände bauen, So, Asterix isst was, Und wenn Asterix fertig gegessen hat, Dann, Asterix hat fertig gegessen, Direktbefehl, Gute Nacht, Leg du dich da mal hin, Bitte, Und hier, Bauen, Äh, Zareizani, Ne, Zareizani hat keine Zeit, Damn, Denn, Könntest du da mal die Wand aufbauen, Und dann, Peu a Peu auch, Äh, Die anderen Wände, Und Asterix hat einen Anfall, Na, Super, Dann haben wir ja zur rechten Zeit, Aber hier ist Gott sei Dank gerade niemand, In der Nähe gewesen, Äh, Valerie, Direktbefehl, Da bleiben, Und, Hier, Tür, Zuweisen, Damn, Denn, Einmal bauen, Und hier, Wand, Zuweisen, Max und Moritz, Einmal bauen, So, Und Valerie, Nimmt mal, Jetzt ist glaube ich, Lang genug Zeit vergangen, Äh, Nimmt mal hier auf, Und bringt mal, Nach hier drüben, Super, Und hier ist Wand aufgebaut, Und dann machen wir mal, Zuweisen, Und da ist auch gleich Wand aufgebaut, Super, Zuweisen, Und so bauen wir schnell mal, Ein, So, Dann brauche ich hier noch, Zuweisen, Jawohl, Und hier hinten brauche ich noch, Zuweisen, Jawohl, Und dann brauche ich noch, Einmal hier, Direktbefehl aufgehoben, Und einmal hier, Zuweisen, Auch mal einmal aufbauen, Und dann haben wir hier noch, Eine Krankenstation, Wo wir eventuell noch, Jemanden rein knallen können, Aber Asterix hatte ja gerade, Einen Anfall, Also, Ähm, Ja, Wir sind hoch auf sieben Leute, Die ein Problem haben, Äh, Äh, Ja, Warum ist schlechte Umgebung, Ne, schlechte Umgebung ist nicht wahr, Alles klar, Super, Äh, Haben wir sonst noch jemanden, Der ein Krankenbett bräuchte, Wahrscheinlich nicht, Also machen wir hier, Verriegelt, Oh, Äh, Verriegelt ist, Schlecht, Wir brauchen hier, Eine Lieferung, Und zwar, Zuweisen, Du, Mach das mal, Und Infusionsflüssigkeit, Muss Frau Höhne mal machen, Bitte, Achso, Da liegt direkt Infusionsflüssigkeit, Die hatte der Bot gerade dabei, Nehme ich an, Ja, Die liefern mal aus, Und dann ist gut, Was haben wir hier, Hier steht keiner, Da steht jemand, Direktbefehl, Direkt mal, Hier reinlegen, Und du hast, Sporenausbruch, Drei, Zemi, Sporenausbruch, Zemi ist gleich wieder, Besser, Dann können wir eventuell, Jemanden verlegen, Jemanden hier raus, Da hoch, Bringen, In die Einzelkabine, Irgendwie sowas, Ähm, Ja, Das zieht sich immer, Wenn man, So Sporenausbruch managen muss, Besonders bei so vielen, So, Und jetzt haben wir hier, Äh, Was fehlt, Okay, Sanitätsartikel fehlt, Aber der ist ja auch, Der Asterix ist ja auch erstmal eine Weile ausgenockt, Äh, Da hinten ist zu, Gut, Hier ist Verrichtung, Keine mehr, Verriegeln, Super, Ja, Androidenkollektiv ruft an, Ja, Das, Lob ich mir doch, Ihr wollt doch bestimmt, Okay, Und der Zemi ist wach geworden, Äh, Niemand zum Reden, Selbstmann versucht, Leichtes Unbehagen, Alles klar, Zemi, Du bist entlassen, Kein Sporenausbruch mehr, Super, Seiko Grüß, Bei uns sind noch ein paar Ressourcen genug geworden, Fünf Tech-Schrott, Ja, Überhaupt gar kein Thema, Äh, Könnt ihr haben, Tech-Schrott, Könnt ihr haben, So, Ähm, Du, Hast, Leichtes Unbehagen, Gestörter Schlaf, Niemand zum Reden, Eieieieiei, Das ist ja cool, Du machst mal die Tür auf, Und, Äh, Direktbefehl, Einmal hier rausgehen, Und, Dann war's das, Und, Alva Ingerson, Hat, Sporenausbruch 6, Direktbefehl, Du, Gehst in das Bett, Ah, Du kommst nicht raus, Hehehe, Normal, Und, Und diese Tür hier, Wird wieder verriegelt, Und, Du, Nochmal dahin, Sehr gut, Dann können wir hier wieder zumachen, Und, Wir können, Hier wieder zumachen, Wir können, Wir müssen hier wieder aufmachen, Wir müssen hier sagen, Ne, Da haben wir Verrichtung, Radium, Mach mal, Untersuchung, Bei Lilly, Und, Da oben haben wir wieder etwas, Was geliefert werden muss, Na sicher, So, Verriegelt, Wäre geil, Wenn man in den Wänden, Irgendwie so Klappen, Für Roboter machen könnte, So, Einmal, Öffnen, Und, Was fehlt uns hier, Zuweisen, Achso, Ne, Medizin, Da, Würde ich nochmal Radium bitten, Bevor du dich hinlegst, Mach da mal, Eine kleine Medizin, Nummer, Ja, Hier hinten ist immer noch, So, Und ich glaube, Wir sind jetzt gut davor, So, Dann können wir hier wieder verriegeln, Und, Light, Ist bei, Sporenausbruch 2, Lilly ist bei, Sporenausbruch 7, Squab ist bei, Sporenausbruch 10, Und, Asterix, Ist bei, Sporenausbruch 10, Meine Fresse, Ja, Dann können wir jetzt mal wieder, Ich gerate hier ins Schwitzen, Das ist, Äh, Ja, Äh, Squab ist aufgestanden, Ist bei, Unerholsamer Schlaf, Äh, Sporenausbruch 9, Ja, Ne, Freund, Einmal hinlegen, Dankeschön, Auch wenn du Pause hast, Asterix, Sporenausbruch 9, Direktbefehl, Einmal hinlegen, Super, Das tut dir gut, Wenn du dich ein bisschen hinlegst, Ah, Lilly ist wach geworden, Und Lilly, Kann sich doch mal direkt wieder hinlegen, Lilly hat Sporenausbruch 6, Ingwer hat Sporenausbruch 5, Light hat Sporenausbruch, Nur noch einen Sporenausbruch, Und dann haben wir gleich hier das gecleared, Und dann würde ich wahrscheinlich Asterix rüber verlegen, Weil es so ein bisschen ätzend, Dass wir da hinten auch noch jemanden liegen haben, Weil dann sehe ich nämlich nicht alle mit einem Blick, Light, Immer noch einen Sporenausbruch, Tut mir leid, Ja, Ja, Und das Androiden-Kollektiv ruft wieder an, Äh, Ressourcen knapp, Hühlenschrott, Ja, Hühlenschrott kannst du, Du kannst so viel Hühlenschrott haben, Wie du, Wie du tragen kannst, Wie du fangen kannst, Wie du, Wie du willst, Wirklich, So, Light, Wie sieht's aus? Oh, Light, Da muss Medizin gemacht werden, Oh, Leichtes Unbehagen, Verspürt leichten Hunger, Wir können hier aufmachen, Light, Direktbefehl, Raus, Jawohl, Light ist wieder, Oh, Light repariert hier direkt, Äh, Sachen, Wo, Ähm, Könnte das jemand hier, Wartung, Könnte das, Äh, Max und Moritz vielleicht, Ja, Weil da ist ein Loch, Super, Super, Dankeschön, Äh, Asterix, Achso, Temperatur, Okay, Temperatur hier ist kritisch, Aber jetzt wieder gut, Gut, Hier, Squab ist bei Sporenausbruch 7, Du legst sie wieder hin, Freundchen, Da sind wir fertig, Ingwer ist bei Sporenausbruch 2, Einmal wieder hinlegen, Und dann können wir hoffentlich bald zur Normalität zurückkehren, Äh, Asterix ist bei Sporenausbruch 6, Äh, hinlegen, Sehr gut, Äh, Lilly ist bei Sporenausbruch 3, Das wird immer besser, Sehr schön, Irgendwelche Schiffe haben den Sektor verlassen, Ja, Ähm, Wir haben auch, Glaube ich, Ne, Wir haben längst noch nicht alles hier auseinander gebaut, Eintreffendes Schiff, Okay, Jetzt kommen Zivilistenschiffe, Reingesprungen, Das ist ja okay, Asterix, Okay, Da muss, Was muss da gemacht werden? Medizin wahrscheinlich, Ne? Äh, Medizin, Genau, Dann machen wir mal hier die Tür auf, Und sagen, Medizin zuweisen, Ist ein Doktor anwesend? Damn, Damn, Jawohl, Du gehst mal weg von Schilden, Und da haben wir Medizin gemacht, Und dann ist wieder verriegelt, Sehr gut, Äh, Okay, Lilly, Sporenausbruch 2, Sporenausbruch 2, Da oben, Ähm, Ingwer, Sporenausbruch, Einfach, Squab, Sporenausbruch 5, Das sieht gut aus, Das heißt also, Ingwer ist der nächste, Der fertig ist, Meine Fresse, Immer noch Sporenausbruch, Und da ist der Sporenausbruch weg, Super, Normal, Ingwer, Direktbefehl, Einmal hier raus, Und Direktbefehl aufgehoben, Und Dankeschön, Und dann würde ich jetzt mal sagen, Hier, Normal, Asterix, Direktbefehl, Du gehst hier oben hin, Da begegnest du gerade keinem, Sehr gut, Und dann machen wir hier, Die Tür zu, Jawohl, Und Squab ist mit Sporenausbruch 5, Immer noch Kandidat hier für The Bad, Lilly ist Sporenausbruch, Nur noch einen, Lilly ist gleich auch erlöst, Sporenausbruch, Noch drei Stunden, Okay, Ah ja, Das wird einem Gott sei Dank angezeigt, Äh, Squab, Sporenausbruch, Sechzehn Stunden, Ne Mann, Okay, Lilly hat, Einen Sporenausbruch noch, Das heißt, Du legst sie noch einmal hin, So, Und wir machen mal gerade Pause, Und gucken mal, Was ihr hier habt, Handel, Wir haben schon wieder ein bisschen Biomasse, Ihr zahlt aber keinen guten Preis, Wir haben ein bisschen Gewebe, Habt ihr etwas, Was ich haben will, Nein, Aber ich will mit euch Handel treiben für Geld, Ich will Geld, Habt ihr was, Was ich haben will, Äh, Kein guter Preis für Biomasse, Ihr habt nichts, Was ich haben will, Das kleine hier vielleicht, Kein guter Preis für Biomasse, Ähm, Ihr habt Chemierohstoff, Wie sieht es bei uns bei Chemierohstoff aus, 36, Man kann aber nie genug Chemierohstoff haben, Wir geben dafür jetzt einfach Geld aus, Fertig, Zehn Stück, So, Weiter geht's, Äh, Und die Folge ist auch schon wieder richtig lang, Aber, Ähm, Ja, Ich will jetzt hier, Diese Behandlung der Patienten, Äh, Hinter mich bringen, Das sind glaube ich alle, Die jetzt noch ein, Äh, Die jetzt noch, Sowas hatten, Sporenausbruch, Null, Und, Jetzt musst du doch gleich weg sein, Da ist der Sporenausbruch weg, Ähm, Normal, Lilly, Direktbefehl, Einmal raus hier, Und, Direktbefehl aufgehoben, Und, Da wurde Squab direkt behandelt, Sehr gut, Dann können wir wieder, Zumachen, Und, Asterix, Sporenausbruch 2, Squab, Sporenausbruch 3, Ja, Okay, Wir haben's gleich geschafft, Meine Fresse, Welche Ressourcen reichen nicht aus? Ah, Wir haben nicht genug Schlepperleichen, Ja, Okay, Da müssen wir mit, Klarkommen, Äh, Bei Asterix wollte ich gucken, Sporenausbruch noch 2 Stunden, Okay, Das ist also demnächst wirklich vorbei, Sporenausbruch noch 3 Stunden, Squab hat noch Sporenausbruch 2, Hinlegen bitte, Eintreffendes Schiff, Und da kommt Militärallianz, Ja, Okay, Asterix, Sporenausbruch, Du musst die nochmal hinlegen, Tut mir leid, Aber, Das ist gleich vorbei, Hupsi, Das wollte ich nicht, Das wollte ich nicht, Das wollte ich nicht, Ich wollte Asterix anklicken, Sporenausbruch in 0 Tagen, 0 Stunden, Jetzt müsste es gleich vorbei sein, Ja, Jetzt ist Sporenausbruch vorbei, Direktbefehl, Äh, Einmal Tür auf, Einmal rausgehen, Einmal Direktbefehl aufgehoben, Und, Fertig bist du, Squab, Komm schon, Sporenausbruch in einer Stunde, Gleich ist es vorbei, Mein Gott, Aber wir kommen hier schon ganz gut klar, Würde ich sagen, Und da ist der Sporenausbruch vorbei, Jawoll, Normal, Normal, Squab, Direktbefehl, Direktbefehl aufgehoben, Du darfst wieder raus, Und dann können alle wieder normal die Krankenbetten benutzen, Wovon wir jetzt zwei, Nochmal zwei mehr haben, Sehr schön, Und was ich hier denke, Ist einfach mal, Wir können hier jetzt einfach mal, Äh, Einen Gang weiter nach vorne setzen, Und zwar, Hier, Bewegen, So, Das hier, Das können wir nicht bewegen, Ähm, Das hier, Bewegen, So, Das hier, Bewegen, So, Das hier, Das hier, Bewegen, So, Den hier, Bewegen, An diese Wand, Und dann machen wir da hinten nochmal Wände hin, Und dann bauen wir diesen Hangar hier weiter, Und können hier noch eine Kapsel hin machen, Für, Weiß ich nicht, Für noch einen Jäger oder sowas, Ähm, Genau, Ja, Und da sind noch Schiffe eingetroffen, Und, Äh, Ne, Ich dachte gerade, Die beschießen sich, Äh, Militärallianz, Handel, Äh, Du zahlst für nichts einen guten Preis, Ich will, glaube ich, mit dir nicht handeln, Und diese Folge ist lang genug, So, Wir erweitern hier hinten, Äh, Ein bisschen, Dass wir hier noch eine weitere Kapsel hinsetzen können, Ja, Äh, Danke fürs Zusehen, Für diese sehr lange Folge, Wo wir uns mit Krankheiten rum, Äh, Geschlagen haben, Äh, Wenn ihr, Wenn euch das gefallen hat, Oder, Oder ganz generell, Äh, Lasst ein Like da, Äh, Erwegt den Kanal zu abonnieren, Und, ähm, Wenn ihr Teil der Crew werden wollt, Schreibt es in die Kommentare, Aber selbst wenn ihr das alles nicht tut, Würde ich mich freuen, Wenn wir uns in der nächsten Folge sehen, Ich wünsche euch allen einen zauberhaften Tag, Macht's gut, Tschüss! Bis zum nächsten Mal, Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020